ich grüße euch zu einem neuen video ich habe mich hier im garten eingefunden wollte euch noch mal ein paar schöne aufnahmen einfangen denn es sieht wunderschön aus der garten hat mich einfach gerufen die natur sowieso ich komme gerade aus dem wald habe auch für den kanal der waldschraten video gedreht und nun bin ich im garten und schaue mir an was die winterpracht doch hier an schönen bildern zeichnet ich hätte auch gerne früher gesendet aber die umstände zwang mich dazu doch den januar etwas anders zu verleben ich habe mir auch wünsche erreicht für den geburtstag der hat sich leider ganz ganz anders dargestellt als ich mir gewünscht habe also ich hatte vielleicht eine halbe stunde stunden oder so vielleicht zwei stunden geburtstag der rest war mit anderen dingen behaftet ereignissen die im januar auf mich eingestürzt sind ihr kennt ihr alle so unsere lage und ich bin davon auch nicht gefreit dass es nebenbaustellen gibt bei all der veränderungen die uns allen so angst macht gibt es auch ja sachen die mich hier halt immer wieder davon abbringen in meinen strukturen zu bleiben aber ich darf mittlerweile davon leben dass ich dann doch ein bisschen was ja auch geschafft habe bei jedem mal wo ich gefühlt neu aufgestanden bin da wieder meinen energie nachzugehen und mir was gutes zu tun ja auch ist das schön ja bevor ich euch gleich noch mal mehr zeige ich noch einmal auf den punkt bringen was ich mitbringe also ich hab's gerade schon angesprochen die veränderung denke ich macht uns allen angst auch so was sich so abzeichnet und letztendlich hat man nicht so richtig halt und mein weg geht dann immer über die naturen deswegen trage ich das hier so weit oder versucht weiter zu tragen für jene wieder offen sind doch in wald zu gehen oder halt im garten auf dem balkon wie auch immer irgendwas zu finden womit man sich erntet mal weg von diesen flimmerkisten ja denkt doch vom wesentlichen ab und mir hat es diesen monat wie gesagt durch die blume habe ich es gesagt den boden wieder und den füßen weggerissen was diesen monat mehrfach passiert nach meinem letzten video an meinem geburtstag muss ich meine ärztin aufsuchen meine vertraute die mich dann weiter geschickt hat mein herz abklären zu lassen und auch wegen dieser schlaganfall geschichte da weiteren rat einzuholen beziehungsweise auch dem ganz mal auf die an die an die ursachen ganz zu gehen um mal zu wissen was wirklich los ist und das heißt an meinem geburtstag den ich doch anders verleben wollte weil ich letztendlich auf ärztetour bzw in wege zu leiten dass ich bei ärzten lande die folgewoche drauf weil ich meine ich am dienstag und am donnerstag dann einmal beim kardiologen oder bei der kardiologin die sagte meinem herz geht es gut trotzdem ist noch irgendwas los dem sind wir auch verschliche neurologische abklärung nicht so in die röhre mrt bei meinen ganzen symptomen und alles was da so los ist seit bald einem jahr aber richtig ausschlaggebend war ja ich habe sie hier schon geteilt auf meinen anderen kanälen auch dann doch die ereignisse april im sommer gab es dann noch aber es gab kleinere einschläge und da war so viel los meine seele hat es auch getroffen mein herz hat es getroffen und ja das begleitet mich hier halt nun auch durch diese doku serie mit der absicht auch jeden da draußen mut zu machen bei denen es vielleicht auch nicht so gut läuft also mir ist das gar nicht so wichtig dass es hier um eine person gibt geht sondern da schwingt eher mit dann noch dass ich hier natürlich viele menschen auf dem kanal habe die mich schon länger verfolgen und wissen wollen wie es bei mir weitergeht wie es mir vor allen dingen geht deswegen teile ich das ein bisschen in meinen videos ich werde aber positiv ausgerichtet bleiben aber so ist meine lage derzeit viel um morgen gekriegt gesundheitlich zwischenmenschlich leider auch darf mich davon nachholen die vergangenheit ist auch noch nicht ganz verarbeitet durfte ich feststellen da sitzt sehr viel sehr tief noch und so stück für stück komme ich da voran ja gestern habe ich den letzten tritt in den hintern vom universum gekriegt da bin ich noch innerlich fassungslos verletzt wie auch immer ja da darf ich noch ran da schluck ich runter und ja zu meinen strukturen gehört dann wenn es so aussieht ab im wald eine gute zeit mit der natur verbringen sich zu erden und wieder ins hier und jetzt zu kommen in die erdung zu kommen verbunden mit modern natur mit dem großen ganzen pachamama lasse ich auch gerne fallen wollte ich hier auch mal ran pinseln da weiß ich noch nicht was ich draus mache hier kommt noch etwas kreatives ja und ich bin jetzt im garten und genieße die sonne ist so schön ein so schöner ausblick herrlich blauer himmel überlegt schnee und da hinten ist auch sogar noch der mond könnt ihr den sehen da hinten haben wir den mond so und jetzt lege ich mal los mit dem gartenrundgang wird mit euch mal ein bisschen rumlaufen noch am ende gibt es bestimmt noch ein schlusswort ich habe dann noch gedanken im via ich würde mich freuen wenn ihr bis dahin dran bleibt aber jetzt ist der garten dran und wir fangen mal einfach alle schönen ecken ein und ich gehe mit euch mal rum und zeige euch wie schön dieses schneekleid doch den garten eingedeckt hat ein teil der natur bin dankbar jetzt gerade der zeit für diese schönen bilder auch da wo ich zuhause wohne darf ich schon aufs fenster gucken und ja das schneekleid an den bäumen auf mich wirken lassen ich kann das mal mehr mal weniger annehmen dafür ist bei mir auch zu viel im kopf und im herzen los da ist alles nicht so leicht also veränderungen machen wir alle gerade durch schwierig sich zu orientieren oder irgendwie planbar sein leben zu gestalten und ja wie sehen könnt das erden mit der natur hilft auf jeden fall ein stückchen und schenken wir auf jeden fall ein bisschen freude auch das wieder machen zu dürfen was ich ganz gerne mache videos zu drehen und mit euch die natur zu teilen und alles was ich da so einfangen darf ja so schön übrigens habe ich letztes mal hier glaube ich gestanden und habe mich bei der aufnahme beim start des videos dann doch was abgelenkt habe ich immer also wenn ich nicht verkehrt liegt dürfte das eine eule sein die mich sogar mehrfach schon begleitet im wald hier hinten und flog auch beim letzten mal wo ich hier vorne war oder vorletzten mal einmal so quer über mich rüber so von hinten kommt innen über den garten es war eine freude könnt ihr euch nicht vorstellen ja also wer sowas mal von nah beobachten durfte ein einfach durchs erlebnis in der natur wird es mir natürlich nachvollziehen können aber jene die das nicht so kennen den empfehle ich mir einfach den ein oder anderen spaziergang draußen in den wäldern irgendwo auf landwegen am meer gibt so viel natur zu genießen und es gibt überall große vögel und hier darf ich auf jeden fall immer mehr begrüßen und auch auch so die eeignisse hier mit dem störchen hier über über meinen garten ich weiß gar nicht ob ich das so geteilt habe bisher ich habe noch super viele aufnahmen überlege ich mal irgendwann noch mal alle zusammen zu packen in ein video dann wird es ein bisschen bunter über die jahre was sich da so angesammelt hat aber dann ist das auch mal raus kriegt ihr mal viele erlebnisse mit die ich da so beobachten durfte in der natur wird es vielleicht auch mal hochkant sein oder so aber das ist es mir dann auch wert und ich hoffe euch dann auch das dann trotzdem anzuschauen so das ist der blick hier in alle richtungen und ich möchte erst noch mal vor die tür gehen hier hat eigentlich gerade mein video schon begonnen bis ich dann feststelle dass ich nicht im weitwinkel bin und leider ja bis hinten durch und das war eigentlich so ein bisschen ganz frisch in den schnee gestapft da waren keine spuren außer die von den hasen hier ist hier meine sonnenecke hier versuche ich ja dann auch dieses jahr weiter so ein bisschen im ritual wenn ich hier ankomme in die dankbarkeit zu gehen so wie jetzt auch dankbar zu sein dass die sonne scheint mich begleitet die natur so eine schöne stille hier rein zaubert also ich höre keinen wind alles ist still nur ich sabbel macht auf jeden fall schon mal was her ja viel erlebt ganz schön viel haben wir erlebt na gut ich schweife ab sorry das ist mein leben ist gar nicht so einfach ich versuche hier natürlich nur mit positiven sachen in die ecke zu kommen aber die realität gibt es halt auch und das ist alles ein bestandteil meines lebens und die dokuserie begleitet das nun auch von anfang an möchte einfach nur zeigen was alles so möglich ist und was die natur mit einem anstellt wie viel heilung sie einem schenkt hier habe ich überall meine baustellen noch aufgrund dieser ganzen Erlebnisse vor allen dingen letztes jahr ja hat es mich doch immer wieder aus dem leben gerissen doch stehe ich wieder hier und gebt mich auf gleiches wünsche ich euch dass ihr da in eurem mitte findet ins ins herz in die herzzentriertheit raus aus dem kopf mit der natur klappt das am besten die hilft euch auch dabei all die kleinen schönen begegnungen jetzt gerade im moment verscheuche ich glaube ich eher die natur mit meiner energie aber dafür gibt der garten an sich schon sehr viel her schönes schneekleid das steht auch noch soweit herrlich guckt euch das an das ist das ist mein garten das ist also mein ist im höheren sinne gemeint meine kreativität mein garten mein kopf meine kreative oase und ein ort an dem ich mich auch dieses jahr hoffentlich niederlassen darf und schöne sachen erleben darf bei allem was so war auch an vandalismus allem was da so war was mir geklaut wurde an ernte bei allem was ich erleben durfte wo mir gefühlt echt echt steine im weg gelegt wurden einfach vom universum ich denke jetzt nicht an einen oder so sondern einfach weil die umstände das so hervorbegebracht haben ja aber es ist doch schon schön hier finde ich also man sieht auf jeden fall dass ich die letzte zeit bei war im dezember Anfang januar als ich hier gewütet habe mit den Brombeeren und auch da schon mal ein bisschen überall bei war und der Apfelbaum sieht schön aus ein paar Senkrichtriebe dürfen nachher wieder weg aber da werde ich mich nicht beschweren das kommt alles von alleine und ich habe auch beim Nachbargarten der Baume auch gesehen die machen gar nichts und das lief trotzdem gut ja also so sieht das ja schon mal alles ganz schön nach Struktur aus alles andere so in einem Schneeteppich begraben man sieht da so die Baustellen gar nicht der Bruder sieht schön aus gerade was ein schönes Fleckchen Erde was ich hier immer wieder neu entdecken darf ja jetzt habe ich letztendlich schon gesagt was ich sagen wollte im wir bin auch gar nicht mehr so weit erhaschend also auf diesem Kanal wird es weiter gehen sofern ich darf die Ereignisse überschlagen sich ja bei uns allen und ich werde auf jeden Fall meinen Anzucht ins Visier nehmen gedanklich dann schon mal demnächst so ein bisschen mich vorbereiten wann das los geht gerade so Chili, Paprika das sind ja so Sachen die ein bisschen früher ran müssen aber ich gehe da so ein bisschen ins Abwägen wo packe ich jetzt Energie rein, wo nicht dann mache ich ein paar Sachen anders dass ich da ja ressourcenschonend auch meine eigenen auch wieder voranschreiten darf ja muss ich nochmal selber forschen wie ich das letztes Jahr noch gemacht habe in meinem Hinterstübchen war einfach zu viel los was was noch teilweise ich habe ja mit Amnesie und also wirklich Aussetzer bis heute kann ich mich an bestimmte Sachen nicht erinnern beziehungsweise wann was war und Abläufe und das konnte ich sonst sonst konnte ich das also ich konnte immer rekonstruieren wann was war diesmal gelingt mir das nur so peu à peu ich habe ja noch Gedächtnisverluste bis heute verspürend und ja da wird das einfach noch so seine Zeit brauchen aber ich glaube meine Selbstheilungskräfte versuche von innen heraus zu heilen auch hinzuschauen alles was bei mir los ist was im Argen ist alles was bei mir liegt und dem gehe ich weiter nach und ja hierfür fühle ich mich oder hierzu fühle ich mich berufen hier weiter Videos zu drehen wäre mir eine Herzensangelegenheit und ich hoffe ich darf weiter den einen oder anderen anstecken doch mit dem Mut zusammen zu nehmen und anzufangen einfach ob auf der Fensterbank oder irgendwie auf dem Balkon sagte ich schon oder ein eigener Garten oder gepachteter Garten so wie es hier jetzt der Fall ist das macht was mit einem das ist Heilung pur und ich werde dem dieses Jahr auf jeden Fall nachgehen hoffe ich dass ich das darf bleibt da aber guter Dinge und versuche im Vertrauen zu bleiben im Guten, im Hier und Jetzt und ja euch wünsche ich alles Gute danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal und nächstes Mal natürlich in alten gewohnten Bahnen hoffe ich und nicht wieder also es geht echt so drei Schritte vor, zwei zurück, drei Schritte vor, einen zurück und alles verändert sich und ja ich habe auch immer wieder Phasen wo ich Angst habe und auch mich sehr einsam fühle und ich weiß wie es weiter geht aber ich darf dann nach hinten raus merken, mir fehlt es an Erdung und ja innere Klarheit alles was da so in der Seele schlummert oder auch vom Leben noch in einem schlummert auch in Erinnerungen, Gedanken im Kopf das möchte alles verarbeitet werden, braucht seine Zeit und ja das ist so mein Weg und das werde ich weitermachen hier mit dem Garten hoffentlich ok ich wünsche euch alles Gute, bis dahin jetzt bin ich aber raus jetzt gehts wieder nach Hause ich habe ein bisschen kälte Füße gekriegt ja seit einer Woche habe ich auch noch eine dicke Erkältung beziehungsweise das mit dem Schnupfen ist schon fast weg ich hoffe das darf bald ausheilen aber so ein bisschen reinigt sich die Nase ja sowieso die Nase putzen ist trotzdem regelmäßig angesagt der Körper reinigt sich oh Sonne ja ich glaube die Woche soll ich noch ruhig machen aber ich habe Hummeln im Mors hier weiter zu machen oh guckt euch das an habe ich gar nicht gezeigt für alle die da so geduldig drangeblieben sind hier tropft das überall runter so jetzt aber Lars und seine Verlängerung das bleibt wohl nicht aus für mich gehts nach Hause ich brauche mal wieder was für meinen Magen und hoffentlich bis bald habts gut bleibt im Licht und in der Liebe wir sehen uns wieder ja weg